Vanessa und Finn sind neu an der TU Dresden. Zum Studienstart gibt es viele Angebote. Heute haben sie an einer Campus Rally teilgenommen. Dadurch haben sie nicht nur die Mensa und die Bibliothek kennengelernt, sondern auch die Hörsäle, in denen sie bald Vorlesungen haben werden. Auch bei der Zusammenstellung ihres Stundenplans haben sie Unterstützung von Studentinnen und Studenten aus dem Fachschaftsrat erhalten. In der Einführungsveranstaltung haben sie schon ein paar Professoren und Dozentinnen aus ihrer Fakultät kennengelernt und wichtige Informationen zum Studium erfahren und der Fachschaftsrat hat ihnen dabei geholfen, die wichtigsten Abkürzungen zu verstehen. Toll, dass Finn und Vanessa in der Erstsemesterwoche schon so viele neue Leute kennengelernt haben, mit denen sie zusammen studieren werden. Dein Studienstart an der TU Dresden. Wir helfen dir, gut anzukommen.